so mein lieben und herzlich willkommen zurück zunächst folge von mountain blade the land of zika werden als quest dass uns hier dieses sklaven mädchen was ich finde haben gesagt hat hier gehen wir mal zur lade und kassel dann meine bibel und meine bibel können ja helfen so diese 30 hier sind ja fett am abschillen hier vor der länder kein kasten attacken so nah ja kicken wir mal 30 slaver warrior aber da kommen sie schon zicken schlitter rücken alles gar kein problem für meine truppen mhm easy easy so natürlich schön level up richtig schöne krasse peoples nicht alles die 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 Ich hoffe, wir helfen. Ich hoffe, wir helfen. Ich hoffe, wir helfen. Ich hoffe, wir helfen. Okay, ich... Wait a minute. Mone, the elder of the Zeakans. Talk with the old man. Oh my god. Oh my god. You quickly lowered your body, dragged Mone behind the rock. The slavers completely surrounded you. A leader was full armor wrote to you on a horse and asked to talk to you. It doesn't try to free or call me or everywhere. Fight me if you can. You're ambushed. Slavers everywhere. You must fight. 500? Vor allem eine Infanterie und 500 Kavallerie? Digger, was? Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Okay, Boys. Die müssen hier hoch. Die müssen hier hoch. Shieldwall? Alter. Ähm. Ja. Hätte ich mich anders entscheiden sollen? Hätte ich das noch nicht machen sollen? Leute. Ich habe dieses Lever-Captain gekillt. Ähm. Was zur Hölle? Das schaffe ich doch nie. Ähm. Ähm. Oah. Ich bin voll gut im Moschbitt. Alter, 500? Was? Das ist ja gar nichts zu schaffen. Oder hätte ich die Quest noch nicht machen sollen? Ich hätte wahrscheinlich erst mal spielen sollen, oder? Ich habe keinen Fall. The moment of the spell led your troops to fight against the slavers. But there were slave troops everywhere. The soldiers beside you fell to the ground one by one. Try to cut down an enemy in front of you looking around all of your troops are killed or injured and fell to the ground. Look back some of the prisoners rescued were also injured by arrow rain. You came back to the seeker elder panting. Sally didn't pull out the arrow but simply bandaged the wound to stop the blood. So at last you can escape or fail. I'm sorry master I shouldn't get you involved. I will try to save you either if I have a second chance. The only difference is I will get well prepared. If you have a better chance to survive. If you manage to escape with cellular left then the sequence will live on. Why it's the silver vest and golden horse helmet with red feathers? I don't know how it's here the end cause other trouble and heaven. Also World's Seeker Night Shows And The Wind Also wie langst du? Fleiß Alter Komm schon Save everyone and We are the never a festival so fed a list of After the battle. Hope Never One and the adder suggests that you should build a new settlement before discuss your future plan. Factions like Knights of Seeker may offer you some help, but the power of falls, levels and shadow you, you must press add. Press R to issue the command to build settlement. Dorn of Settlement. Okay, ich kann jetzt hier meine eigene Putze hier machen. Groß. Was ich jetzt erst mal machen will, ich gerne mal machen will, hier. Ich bin hier ja. Ich kürze niemanden an. Riding. Is your monster punch? dass wir in die putze weiter kann ich erst mal schön entspannt heilen das 500 verletzt ist jetzt hier kaputt das war 500 gegner so rief ein ist schon 28 immerhin so guter Toma bis hier oben bis wir heute ein bisschen bei Kräften sind ein Settlement möchte ich auch irgendwo platzieren wo es voll klug ist aber das finde ich halt cool dass man das selber bauen kann dass man ja so irgendwo was erohren muss kann ich noch dran erinnern es war übelst schwierig 20 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 Busch. Das könnte man machen. So, attack, 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 attack. Attacker, attacker, attacker. So. Schau! Move! Ruf! Move! Huh? Ruf! Forward! Forward! Out to the blue! Motor! Move! Gimmel! 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 Sind alles Reiter? Oh oh. Mounted Run Sucker. Nein, schon wieder einer von meinem Mocker in Horseman. Gedeiht. Zack! Komm schon! 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 Mocker in Horseman! Hey! So ein Schied! Na ja gut! Was ist hier alt? Komm schon! Ja gut! Wir befinden uns! Das ist die große, goldene Frau. Ich kann nochmal hier einbauen. Hier ist sie mitten im Wald. Kann ich euch hier einen Königstabler, den Seager Club helfen könnt ihr und hier ist sicher, dass ihr ihre Settlement konzulieren könnt. Zudang hat es bereits zu kaufen. Zudang hat es sehr ge Christine. Bitte dachtest dir! Ah, da rennen schon Schweine rum. Ganz viele Schweine. What's done in Texas, your market owns Null Gold. Work is unbezeichnet. So I certainly told you, our collector shows in the right near the center and it's fair to see what can help them. Ah, a thousand weißen, okay, alles klar. Zack. Okay, a little fish. So. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, hier entsteht unser neues Helmet. Ähm, und dann würde ich sagen, wenn du hier an der Stelle die Folge, wenn es euch gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nichts beim Video verpassen wollt, einfach auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.